Herzlich Willkommen zum nächsten Thema, zum Thema Eigeninitiative. Ja, ich finde eines der wichtigsten Themen hier in diesem Business, weil ich und ich denke mal auch du und auch die ganzen anderen Menschen im Team BYOB sind aus einem Grund zum Beispiel hier, ja, um langfristig frei und unabhängig zu sein. Unabhängig von anderen Menschen und dafür ist halt das Thema Eigeninitiative so wichtig. Ja, weil zum Beispiel wir in unserem Alltag, wir sind es immer gewohnt, auf Deutsch gesagt, Sachen vor den Arsch getragen zu bekommen. Ja, oder auch Terminierung einhalten zu müssen. So, wer kennt es, jede Person kennt es wahrscheinlich aus der Schule. Du hast bis dann und dann deine Hausaufgaben abzugeben. Bis dann und dann musst du die Klausur geschrieben haben. In der Uni, dann musst du deine Hausarbeit abgeben. Oder der Chef, du musst um 8 Uhr morgens auf der Matte stehen, darfst um 18 Uhr gehen, hast 30 Tage Urlaub im Jahr. Was anderes darfst du nicht. Oder dir wird morgens gesagt, heute musst du das, das und das erledigen. Das heißt, wir sind es aus der Gesellschaft gewohnt, eigentlich immer nur die Dinge umzusetzen, die uns halt auch genau gesagt werden. Was hat das aber für so ein Resultat? Wir sind meistens abhängig. Abhängig von dem Chef, abhängig von dem Staat, abhängig von der Schule, abhängig von den Lehrern, abhängig von der Uni, von den Dozenten, egal in was für einem Bereich man gerade tätig ist. Aber warum kommen wir hier in dieses Business, um langfristig unabhängig zu sein? Das heißt, hier ist jetzt der erste Ort, wo man selber für seine Zukunft die Initiative ergreift. Ja, Eigeninitiative. Und deswegen ist hier niemand der Babysitter. Ja, das heißt, niemals würde ein Ali, ein Finn, ein Leander, ich dir auftragen, bis Freitag musst du das und das gemacht haben, bis Donnerstag musst du das und das gemacht haben. Sondern hier fängt man langsam an, Eigeninitiative für das zu ergreifen, was man erreichen möchte. Das heißt, dass man selber sich festlegt, bis wann möchte ich jetzt Videos geschaut haben, wann möchte ich go live schauen. Ja, das heißt, dass man selber anfängt, zum Beispiel auch zu dem Thema Struktur. Ja, es gibt ja auch ein Thema zum Zeitmanagement, ein Video, was dazu aufgenommen worden ist, Strukturen in seinem Alltag zu bilden, damit man Eigeninitiative erreichen kann, ergreifen kann und so sich eine eigenständige Zukunft aufbauen kann. Weil was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel auch anfangen würde, allen Menschen immer aufzutragen, was sie zu machen haben? Irgendwann sind die Menschen ja wieder von mir abhängig und das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle unsere eigene Zukunft aufbauen. Also sollten wir auch alle anfangen, selber die Initiative für die Dinge zu ergreifen, die wir machen müssen. Weil ich sage halt immer, man selber ist für seine Zukunft hier verantwortlich. Alles, was du es hier machst, wird auch dir IAM zurückgeben. Und deswegen ergreif in die Eigeninitiative und dann bauen wir hier zusammen eine geile Zukunft auf. auch wenn Sie an wir dich verantwortlich machen würden, Aber wir kommen alle... zensche. Ich heißt... Ich weiß... Wenn Herr Daher weitetelt.